Er kommt zu einem Zeitpunkt, da alles entschieden scheint. Dann aber kommt doch noch eine Luzerner Reaktion. Spät zwar, aber sie kommt. 73. Minute, der Anschlusstreffer. Marco Schneuli trifft und die Losanderer reklamieren lautstark einen Absatz. Tatsächlich könnte man diesen Verdacht schätzen. Allerdings liegt ein Losander hinter der Behind-Linie, ist damit faktisch immer noch im Spiel und deswegen ist alles korrekt.